Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ghost Recon Whitelands. Heute mit dabei ist wieder mal Protalo, Louis und Leon. Diese Reaktionszeit. Perfekt. Den heutigen Video machen wir hier unten weiter. Hier ist noch so ein Story-Ding. Den bin ich mal sehr glücklich. Go, go, go und ja, schön. Eben noch über das Ding meckern, das so weit wegfahren und jetzt hier so eine Scheiße, ne? Das ist kaputt. Hast du verdient. Das war aber auch irgendwie das einzigste Auto, das wir jetzt haben. Ich gehe mit den Trecker holen. Ja, ich kann mit. Ja, toll. Wir stehen auf die Spot-Autos weg. Wir nehmen unsere Luxus-Lipousine. Wir haben unseren Trecker. Trecker. Gerade hier habe ich mir extra aus. Leute, wir müssen ja echt weit fahren, da vorne ist das Ding. Warte, wir snipen den Fahrer weg. Ja. Wollte ich gerade sagen. Wollte ich mal gut stehen. Ich halte sie direkt so auf. Ja. 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 Wollte ich hinterher, Mädels. Dein Zustand ist schon nicht mehr so gut. Ich fahre auf jeden Fall. Warte mal, ich fahre mal seiglich, dass du den Fahrer abwischen kannst. Ja, du bist ein bisschen zu nah dran, ich komme da nicht so hoch. Ich habe keine Waffen mehr. Ja, sorry. Mit deinem gegen den Arsch hier. Ja, dann fahr du. Mitten bei der Fahrt. Es kann doch was werden. Ja, Mädels, willkommen. Wir unterstützen noch. Scheiße, er brennt schon, aber er steht. Perfekt. Aua. Ja, auf gleich. Ja, dann muss jetzt nur nach hinten dran, da. Ich bin auch ein Passageier hier. Oh, oh. Hast du ihn? Ich müsste ihn nicht klauen, ne? Nein. Ich bin dabei. Perfekt. Alles klar rum. Ist jetzt mal einer. Wartet, ich fahre. Oh, ne, da möchte ich nicht mitfahren. Sagt der, der so scheiße Auto fährt, ne? Oh, ne, dann kommt's nicht kaputt. Scheiße, dass das keine Hucken gehen. So, nix, um bitte. Park your nomad. Der Konvoi ist sicher. Danke, Familie. Meine Leute können die Vorräte gut gehen. Was haben wir denn denn als nächstes? Suchen sie Informationen zur Rebellen-Operation. Jo, ich glaube, das kriegen wir hin. Ich habe eine Räder an das Volk von Bärchen. Wir sollten aber nicht direkt reinfahren, weil bestimmt Gegner da sind. Jaaa. Sagt das mal den. Sagt das mal den, der mit dem LKW schon reinrat, die bescheuert hat. Ist wohl gepanzert bestimmt, glaub ich, hoff ich. Loll von wo? Ich war hinter der Deckung hier. Mitten im Kampf hier. Mal noch. Die Bräal- полettere Spiegel. Ich habe eine Räder an das Volk von Bärchen. Äh. Hirnger-Verspähe ... Hinter mir irgendwo? ich bin auf jeden Fall bei ja ich komme wieder er wollte nur das wunderschöne gelände hier zeigen Aua? Neon hebe immer unterwegs auf bitte beim Parcours schlafen Rebellen wird tot Go go power range Ja da ist immer noch so ne komische Markierung von Jungen die nicht da sein sollte Irgendwann die ist da also fahr mir auch dahin Ne ist die Markierung gegen B? Ne B Wenn ich mit ihm ne Markierung mache ist der A Also bin ich hier schon mal nicht Brutallos dann Hallo warte mal weg Das sieht man ja auch oben links Na dann fach ich mal leider Ich weiß nicht wie die Markierung weggehen Du öffnest die Karte und machst die Markierung weg Boah wartet mal Moment Moment Kann ich mal ganz kurz Ich mochte mich mal ganz kurz Hallo Hier bin ich nicht mehr Fahrer was geht Weil du weg bist Weil du weg bist Warte warte Ich würde nicht weiter schießen weil hier ist gleich Feindgebiet auf jeden Fall Ja dann direkt wegkrotzen Ja wir haben doch so ne dicke Wummel da geht das doch her Ja Okay Er täuscht mich nicht Jan Geronimo Oh Was geht denn bei dem Was geht denn bei dem Alter bei deinem Radlader Nein 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 Der Radlader bremst Ich will den Radlader gleich haben Man kann von innen nicht nach oben raus Man kann von innen nicht nach oben raus Soll Man kann doch nicht mit dem Kamera rum rein Schade schade Der kann alles hin Ich glaube nicht dass wir den Typen gerade töten sollten Also nehmt mir das nicht übel aber wir gehen hier überhaupt nicht taktisch rein Alter was soll der Kack Ich werd hier wohl überall weggerufen Oh man Ja wir sollten wirklich mal taktischer vorgehen Wär vielleicht ne Möglichkeit Ja das sollten wir Ja Hallo kann mich mal jemand aufheben Also was macht ihm da schon gern Dreck Vor allem wo Jan ist Kommt zurück Ja wir wollen wo ihr seid Wir sind ein Team Kommt zu mir Ihr gehört zusammen Scheiß auf die anderen Oh hier kriegst du eine Überdosis Oh hi Torben Danke Torben Nein 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 Hallo Ich wurde angegriffen Egal Scheiß drauf guck mich Ich bin auch vielleicht ein Neon Die andere Auf Scheiße Auf Ja Von wo werde ich denn abgeschossen Ich werde von irgendwo abgeschossen Aber ich weiß nicht von wo da unten da noch keine Munition ne da sind noch mehr Hilfe nö bei dem Wohmann im Mast Wohmann was von... waaat läuft echt gut ganz ehrlich ich glaub wir sollten von der Mission bevor wir starten auf Position gehen weil das ist ja echt hier ganz ehrlich einfach nur wild rein planlos super schwul ist doch perfekt und alle gehen drauf ne jetzt ist bei mir hier direkt einer ja da sind wir wieder am Nacken alter ja großartig ich hab gesagt bei mir ist direkt einer das Spiel ist genau so aber ich dachte nicht so direkt 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 halt ne vor allem EINER hast du mal da lol oder wenn ich von hinten her von wo man spawnt ey ja ich muss mich aber neu spawnen vor allem EINER da kommt dann eine halbe Armee um die Ecke naja was hauptsache man spawnt erstmal hundert Kilometer weit weg bei mir sind bei mir sind 1 2 4 Neon Black ich guck ob ich dich wieder kriege jo bei mir sind 2 Leute 1 2 4 mhm Mathe 3 4 6 7 Leute hab ich hier grad bei mir die auf einen Haufen stehen eine Granate und ihr tötet alle ich bin wirklich genau perfekt bei mir die müssen hier gestorben ey die ist doch gar nicht ja weil die von denen alle mit den Autos kamen vor 20 Monaten so die hatten eine Granate hier bei mir sein und dann versuchst du von oben zu snipern ja witzig die lassen nicht immer die Dauer hoch hättest doch sagen können dass sie im Haus drin sind alle bei mir ja eine Granate hier rein werfen und alles ist aus Perfekt ja genau der Typ bei mir hier hat direkt 2 Uzi's in der Hand jetzt rennen sie raus ich hab keine Chance ganz ehrlich ich hab keine Chance normalerweise hätten wir das ruhiger angehen lassen können dann wär ich oben auf den Berg gegangen da kann man nämlich alles weg snipen ganz einfach sterben alle dann machen wir es nochmal ja ja Macaroni einfach rein da ja also von der Karte her müsste eigentlich alle jetzt auf der Straße stehen also eine Granate auf der Straße sollte vielleicht was brechen bislang stabil hi 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 du auch hier joa hat sich zu angeboten manchmal die Feuerwehrkameras jetzt geschafft manchmal so sind jetzt alle down ist der Rad leider noch da? Ja ihr müsst irgendwo auch für euch ein LMG liegen das ist ja genau das Teil, was die an sich suchen müssen kann man sich hier in die Schaufel setzen? ne, geht nicht du kannst an die Seite setzen 4 Stück können sogar mitfahren ich sitze erstmal oben hier so auch ein bisschen das Ding nur ein bisschen ist normal Jan, Neon, komm mal zu mir da passen nur 3 drauf steckt eh fest ich hab's nicht nein, bitte er ist doch hier, hier nach vorne Mission konnte man nicht die Schaufel mal hoch machen Wachenkäste nein zack was sagt man dazu das führt direkt zu einer Kartellantenne also normalerweise wie ich das kenne gibt es normalerweise 2 die Rad rushen und 2 Außen scharfschützen sollen wir das mal irgendwie so machen oder wie machen wir das? das haben wir jetzt ja bis jetzt das ist auch nicht nur ein größeres wir können auf jeden Fall nicht immer planlos eingehen wir können auf jeden Fall nicht immer planlos eingehen so, ich würde jetzt langsam einfach einsteigen aber aufpassen du musst landen wir haben keinen Fallschirm beziehungsweise ich glaube ich kann den Fallschirm freischalten ich auch wir fliegen jetzt gerade 200 km h hab den Fallschirm also landen also landen oder würdet ihr rausspringen? rausspringen? nein, landen wäre gut landen wäre gut raum springen raus ok, Jan dann landen wir nö die geht doch auf 1000m hoch Jan Jan, tu das bitte nicht Jan, ich sitz nur hinten wie viel soll ich noch hoch? 300 Jan ok, spring raus jetzt so statistisch 400 500 spring raus jetzt warte doch mal, ich mal gucken wie hoch 700 800 so, ich bin auf jeden Fall auf meiner Position 1.900 jetzt mal das schwere Schafschützengewehr aus 2.000 ich bin hier in einem Haus 2.000 oder nicht so ne schöne Aufsicht eigentlich er wird 1.500 da ist das so ich wär ready tschüss tschüss ich auch, aber ich hab bis jetzt hier keine Gegner guck mal hinter dich Jan naja es geht dann Bombe hier was? ja du musst das aktivieren und dann kommen Massen an Gegnern wenn du das aktivierst deswegen das kartell greift hier massiv an sobald wir haben die jahre davon geht nach das also ich so aus munition gibt es munition euch lang lang und jetzt nicht hallo näher da oben alle bereit zum starten der brutale vermarsch der welt ich bin zu spät ausgesprochen eigentlich gar nicht mehr um die story ja bei mir im video ich will wenigstens sehen wie ich diesen blinkenden schalter zu gucken kann das ist jetzt die große frage entweder machen wir das doch in dieser folge oder in der nächsten folge wir sind bald bei 20 minuten schon angekommen ich bin da bei mir ist das egal sagen wir machen lassen dann gut dann war es das mit dieser folge ich hoffe ich hätte es gefallen das kennen leidenschaft und dann sieht man sich im nächsten video tschüss tschau tschau tschüss tschau